Ja, willkommen zum ersten Unboxing Video von unserem Galaxy Pegasus, gemacht von SpielPirat.de. Hier haben wir ein originales Hasbro Beyblade Middlemasters Galaxy Pegasus. Und ich werde jetzt mal anfangen, diesen schönen Galaxy Pegasus auch zu entpacken. Als erstes haben wir hier unten in der Kammer das ganze Zubehör, wie zum Beispiel den Ripcote Launcher und das Werkzeug, die Anleitung und das Aufkleberset. Und hier oben, ganz normal zum Wegreisen, haben wir wie üblich einmal unseren schönen Online-Code, den ich euch an der Stelle erstmal nicht zeigen werde. Und den wichtigsten Teil, unseren Galaxy Pegasus. Nehmen wir erstmal die einzelnen Teile raus, damit die ganzen Müll aus der Arena loswerden. So, die Teile die wir haben, ich fange von oben an. Hier haben wir die Facebolt. Eine blau-transparente, mit dem typischen Pegasus-Pferd drauf. Dann haben wir den Energy-Ring, auch hellblau-transparent, mit einem roten Muster. Dann das Highlight, ein blau-metallik-farbener Fusion-Wheel. Schöne Angriffsmuster. Ich kann es so ein bisschen schärfer sehen, genau. Dann haben wir noch das Spin-Track. Leicht verändert zum normalen Storm Pegasus mit seinen Flügeln. Und hier haben wir noch die Rubber-To-Flat. Eine Gummispitze, als Stärm geformt. Wenn man hier leicht erkennen kann. Ich versuche es ein bisschen schärfer zu stellen im Moment. So, von der Seite vielleicht, kann man es besser erkennen. Alles klar. Dann werden wir nochmal das Zubehör-Zeit auseinanderpacken. Wir haben noch einmal das Schere parat. So, die Anleitung. Hier haben wir das Aufkleber-Set. Ganz normal den Ripcord-Longer. Und das Werkzeug. Fangen wir doch mal an, das aufzubauen. Das finde ich immer so genial. Dass das nochmal relativ schnell geht hier. Echt ein gut durchdachtes Spielzeug. Alles klar. Das ist der fertige Galaxy Pegasus. Von der Seite. Von oben. Und von unten. Kann man auch besser nochmal die sternförmige Spitzler kennen. Genau. Das war es von meiner Seite aus gewesen. Ich kann euch nur empfehlen. Der Galaxy Pegasus hat eine sehr interessante Kombination zwischen Fusion Wheel, Spitze und einem flachen Angriffspintrack. Die Einzelteile findet ihr auch ganz klar wieder bei uns auf dem Shop www.spielpirat.de Wir freuen uns, wenn ihr uns besucht. Auch gerne unter facebook.spielpirat.de Danken wir euch vielmals. Bis dann. Ooh 장in. ningено ein paar Fragen. Bis dann mit Ouh. Kommt runter? Allein gut. Das war mir geradeiter. Das war mir leider auch einfach gerätigert. Bis dann gut genommen. Boo.